der drei kommen jetzt so wird kurz ich möchte mich kurz im aufgeladen ja jetzt kommen noch zwei Ladescreens weil jetzt kommen wir zu Green leider werden wir gefangen genommen glaube ich jetzt und ab geht der Spaß NEIN jetzt darfst du mir wieder zugucken glaube ich das war nicht gewollt aber irgendwie hat mich das Ding weggeschubst und das da vorne wenn du es siehst ist der Untergang für uns wieso Untergang? ja weil wir jetzt nicht einfach weiterfahren das Ding hat ja gemerkt wer wir sind wo geht's hin? ja wer sitzt wohl ganz oben in der Zitadelle nicht Etze oder? und rat mal was wir gerade sind in diesem Ding drin gefangen ja boah wie hoch geht die scheiße jetzt geht's wieder runter die Dinger hat man noch nie gesehen in Half-Life diese Combine-Viecher was du bist was ich bin hier mitten denn einfach so gespawnt wo stehst du jetzt da unten? ja ich bring mich jetzt einfach um um dir weiter zuzuschauen weil das war jetzt blöd weil das war jetzt blöd weil da war so eine so eine Platte wo man hätte stehen können und da bin ich direkt gespawnt übrigens ist das die Karte D3 Zitadelle 05 ja egal es gibt nur noch einen Leiderabschnitt wenn es überhaupt einen gibt gleich kommt das Finale also das ist das Finale um jetzt mal dicke zu spoilern ja gut es ist kein Spoiler wenn ich sage es ist das Finale aber dann haben wir da bald das Projekt leider schon zu ändern ne? ja aber es hat doch lange viele 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 Parts gebraucht Episode 1 da 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 das kannst du gerne selber spielen Magica dum dum wird das Bild immer dunkel was ich gesehen habe ist auch außerhalb von Worten Green Genocide Indescribable Evil Good Gott Well If it isn't Gordon Freeman at last What is this? I'll put it over there You Have my gratitude doctor First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend Then you deliver yourself If I'd known you weren't going to come straight up to my office I wouldn't have bothered hunting you in the first place Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with the combine Ha 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 Dr. Breen Ha Wallace Yes Judith what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research Thanks to you we have everything we need in that regard You are more than qualified to finish his research yourself What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle Yet Eli refuses to speak the words that would save them all Save them? For what? Eli If you won't do the right thing for the good of all people Maybe you'll do it for one of them Alex What are you? Dad God God damn you Breen you let her go Yeah it's all up to you my old friend Did you let your stubborn short sightedness doom the entire species or Will you give your child the chance your mother never had? How dare you even mention her? Alex my dear you have your mother's eyes but your father's stubborn nature You haven't seen a bit of it yet Really? Well let's see how well it serves you on the far side of a combine portal Go ahead Breen if that's the worst you can do send us both through your portal Oh it's hardly the worst But you might find that hard to believe once you get there It isn't necessary I agree it's a total waste Fortunately the resistance has shown it is willing to accept a new leader And this one has proven to be a fine pawn for those who control him No Don't listen to him Gordon How about it Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends I'll send them on their way and then we can talk openly Pfff Dad I'm so sorry Alex Suna Judith What do you think you're doing? We're doing what I could never do alone We're stopping you Ha 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 Guards Get in here They know you betrayed them they'll turn on you Judith Dr. Mossman Please I'm sorry Wallace You're all out of time Don't Don't Hurry Dad hang on You four Watch out he's gonna No Run Dad Give me my gravity gun You bastard No 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 don't worry about me honey There's no time Alex He's waiting for the portal You'll need this You'll need this Dr. Mossman 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 Was du gesehen hast, war ein Combine da oben. Also die Anführer der Combine. Und dagegen müssen wir kämpfen, oder wird's? Nein, die kommen erst in Episode 1 und 2 zur Sprache. Er hat keine Ahnung, hat er? Ich wundere, wo er geht. Aber das erzähle ich dir außerhalb der Aufnahmen, sonst wär's Spoiler pur. Für die Leute, die die Episoden nicht kennen, meinst du? Ja, ich mein, dich kann ich damit spoilern, die stört sowas ja weniger. Guck mal. Den Tunnel vorstricke? Ach, natürlich! Ich wollte schon sagen, irgendwie kriegt sie die ganze Zeit einen Error, weil ich hab das Rote da gesehen. Ja. Ich werde übrigens eventuell den Abschnitt, gerade wo er mit uns gelabert hat, ein bisschen lauter zählen, weil wir ja zum Glück nicht dazwischen gequatscht haben. Ach Mist, das hätt ich ja übernehmen müssen. Normalerweise. Du bist der Schmerz, Gordon. Aber... Ich komm, ich... Tschüss! Warum zur Hölle fahren wir runter? Ich weiß es nicht. Ich halt mal die Taste auf das, was ich eventuell denken könnte. Nee, ich glaube, es kommt jetzt keiner... Nein, es kommt keiner mehr. Dr. Freeman, du sollst wirklich nicht da sein. Im Moment der Synapse, als ich diese Chamberein transportiere, und die zählte Partikel, die noch von Mensch-Science genannt wurden, haben noch von Mensch-Science genannt. Das hier ist ganz wichtig für Episode 1, der Teil jetzt. Jetzt können wir hier durch. Was musst du machen? Ich glaube, wir müssen die Dinger hier wegnehmen. Au, 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 au! Wir müssen ihm den Saft abstellen. Alter! Ich wurde reingeboxt von so einem Scheiß-Energie-Ball. Verdammte! So ein Scheiß-Kombine-Energie-Ball hat mich da reingeschoben. Wir werden das also jetzt den ganzen Scheiß nochmal hören, ja? Nein. Ich wurde nur von so einem Kombine-Energie-Ball gerade da reingeballert. Ich achte mal hier, weil hier kommen die Dingens. Ja, du musst für die Kombine... Du musst dich um die Kombine kümmern. Dann bin ich ja gerade bei! So, ich habe ihn in den Strom weggenommen. Aua, ich habe irgendwie Schaden von wo. Ich weiß nicht wo. Also, wie gesagt, das hier ist für Episode 1 wichtig, weil... Episode 1 ist auch kein langer Teil, aber der wäre vielleicht interessant. Den könnten wir eventuell noch machen, Steve. Der ist nicht lang, das Episode 1. Aber bestimmt nervig mit Synergie. Und die passt sehr gut zu dem Hauptspiel, weißt du? Ich glaube, die Episoden allesamt müssten ja wohl gut passen, oder? Ja, aber Episode... Hey! Aber die Episode 1 passt sehr gut zum Hauptspiel, um noch ein bisschen Fragen zu klären, weißt du? Weil am Ende von Episode 1 ist es dann richtig weg. Dann kannst du richtig mit Episode 2 anfangen. Lass mich da hoch! Lass mich da hoch, ohne dass ich sterbe! Ja, der hat das Ding hier regeneriert sowieso schneller, als die mir Schaden machen können. Äh! Ja, los! Ich bin leider gerade nicht da! Tut mir leid! Ja, du bist das renegierende Rungsding. Ja, toll, ganz super. Wie gesagt, jetzt werde ich dir erklären, am Ende der Aufnahme. Was müssen wir machen? Aussteigen! Ja, du bist doch, ne, du bist du, das Problem ist, von deinem Charakter her, bist du ne Frau, also passt Gordon Freeman nicht zu dir. Ach du, die Sache finde ich ganz nützlich so, die ich so mache, eigentlich. Ich töte Leute, das ist, äh, und ich töte Combine. Ah, ich bin geblendet! So. Was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Wir brauchen die Energiebälle. Ich weiß auch nicht mehr, worauf wir sie ballern müssen, wir müssen sie nur auf irgendwas ballern. Aber wir haben keine Zeit, wir haben kein bisschen keine Angst haben, Zeit mit dem Circus haben wir ja hier nicht. Boah, hol mal die Hedis runter. Oh. Wie denn? Auch mit den Dingens? Ja. Gunship 1, down. Gunship 2 wohl auch. Wie gesagt, Episode 1 würde ich dir sehr empfehlen, da kommt auch noch eine sehr, euphra, Interessantes hin. Auf was müssen wir denn schießen? Mussten wir auf den Reaktor, in den Reaktor, ich glaube wir müssen den Reaktor hier reinballern. Ja. Ja, mussten wir. So, du musst die Schilder erst alle zerballern und dann reinballern. Wir müssen erst alle Schilder da wegbekommen. Weil dann zerbröselt das Ding und wir können direkt Blühne erwischen. Verdammt, was ist jetzt passiert? Zerstört das Portal. So, jetzt. So, Ende. Wer bist denn? Did she, man? Normalerweise würde ich jetzt direkt Episode 1 starten, wenn's gehen würde. Und dann, wenn ich dir die Illusion der freiwillige Wahl, ich werde dir die Freiheit wählen für dich, wenn und wenn dein Zeitpunkt kommt, beginnt. Ich entschuldige mich für das, was dir muss, eine arbiträre Beziehung für dich, Dr. Freeman. Ich glaube, es wird alles Sinn für dich im Laufe von... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. Ende. Half-Life 2 Episode 1 Commencing. Das heißt, wenn wir das jetzt drauf hätten, würde es jetzt starten. Oder wenn ich das drauf hätte. Gut, dass wir es aber gerade nicht drauf haben. Also wussten die damals, als Half-Life 2 das gemacht hatten, dass es noch die Episoden geben, dass sie die Episoden machen werden, ja? Weiß ich nicht, das ist halt eingebaut und Synergy. So, und jetzt, hast du ja gerade verstanden? Der G-Man hat uns außer Gefecht gesetzt. Der G-Man hat gesagt, er wird entscheiden, wann wir wieder was machen können. So, wo auch immer wir hier sind, ähm, ja, red ruhig weiter. Ja, der G-Man hat uns jetzt quasi außer Gefecht gesetzt, sodass er hat gesagt, er entscheidet, wann wir wieder was machen dürfen, quasi. Also ich weiß nicht, was der G-Man vorhat, das weiß man generell nicht. Aber ich bezweifle, dass es positiv ist. Hätten wir jetzt Episode 1 gehabt, hätten wir jetzt einen direkten Fortsatz dazu gehabt, zu dieser Szene. Da wir aber, äh, ja, nicht eins installiert haben, weil darum... Ich könnte jetzt, äh, kurz spoilern, was da passiert wäre. Das gibt keinen großen Aufschluss. Dann wäre der G-Man wiedergekommen, hätte er sich mit uns unterhalten über irgendwas, dann wären allerdings... Nee, warte mal. Ich glaube, dann wäre die Szene ganz anders verlaufen. Ich glaube, dann wäre der G-Man, hätte er uns denn nämlich zurückstellen wollen, aber er wird aufgehalten von... Da tauchen nämlich gefühlte 10 Vortigons umrum und denen auf. Sagen irgendwas und verschieben den quasi in die... Weil wackeln dann mit den Händen vor dem rum und schieben den quasi weg. Bringt sie quasi, sich zurückzuziehen und retten uns quasi vor dieser Explosion, die da gerade passiert ist, in diesem Zeitstopp. Okay. Mehr möchte ich jetzt aber während der Aufnahme nicht verraten. Gut, ich würde dann sagen, dass lange, 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 lange Spiel und Nerven auf Reibens zu spielen durch Synergy... Also ich würde empfehlen. Ich kann dir auch gleich sagen, ich glaube... Wie gesagt, Episode... Bist du gerade da? Wo bist du? Neben dir. Du bist unsichtbar. Interessant. Naja, gut. Ich würde aber jetzt trotzdem sagen... Wir sehen uns bei irgendeinem weiteren neueren Projekt. Wir haben das Projekt an... Wo bin ich denn jetzt hier? Durchgespielt. Ja. War cool. Wenn auch, wie gesagt, leicht Nerven auftreibend. Und... Bist gestorben? Ja. Weil ich gerade einfach irgendwo hingegangen bin. Das war der Fehler. Wie gesagt, ich empfehle Episode 1. Ist nicht so lang. Siehst du nicht jetzt? Nö. Super. Äh, Episode 1 ist nicht so lang. Und, äh, bietet nochmal... Ist nochmal eine interessante Fortsetzung zu dem, was passiert ist. Also, weil das ja hier quasi ein Open End ist, was passiert ist. Ja, das ist es wirklich. Ich schätze... Also, Ende von Episode 1 ist ja dann der Übergang zu Episode 2. Aber der ist... Der hat kein direktes, offenes Ende. Natürlich, weil es jetzt eine Fortsetzung gibt. Natürlich schon offen. Aber es ist... Es lässt keine Fragen... Es lässt in dem Sinne jetzt keine Fragen zu unserem... weiteren Überleben auf. Was war das denn gerade? Strider. Also, die würde ich dir empfehlen noch zu spielen. Wie gesagt, die dauert auch nicht so lang. Ja, aber nicht so... Und die beinhaltet auch weniger Gegner und mehr Rätseln. Sag mal, siehst du eigentlich, was ich hier gegen diese Scheibe haue? Wo? Hier, die Sche... Äh, ne, ne, die Scheibe... Ne, nein, ne, hier ist doch nur eine Scheibe gerade. Wo ist hier eine Scheibe? Oder was das ja auch immer sein soll. Hier? Wo ich gerade stehe? Ja. Da ist keine Scheibe bei mir. Wow. Ich kann da auch durchschießen. Gut, Leute. Wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal bei irgendeinem weiteren Projekt. Und ich hoffe, euch hat das Projekt so gefallen wie uns. Wenn auch Synergy uns vollends auf die Eier ging. Danke fürs Zuschauen. Und... Ciao. Ciao.